Vaishaki Asana bedeutet Elefantenfußstellung. Vaisakin ist ein besonderer Teil eines Elefanten. Fabian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus-Sitz Padmasana. Bringe die Hände auf den Boden, gib ein Knie auf einen Oberarm und das andere Knie auf den anderen Oberarm. So bist du in Padmakakasana. Jetzt strecke die Arme aus, soweit es geht, sodass jetzt nicht mehr die Beine auf den Oberarmen ruhen, sondern mehr mit den Bauchmuskeln gehalten werden. Und jetzt versuche noch den Kopf nach oben zu bringen und nach vorne zu schauen. Und dann schaue zum Punkt zwischen dem Augenbrauen und das ist Vaishakyasana oder auch Vaishakyasana, die Elefantenfußstellung.